Vor langer, langer Zeit lebten hier im Defregental mit den Einheimischen die sogenannten Schnabelmenschen. Riesige, urwüchsige Gestalten, halb Vogel, halb Mensch mit langen Schnäbeln. Sie liebten es damit, vom Boden salzhaltige Steinchen aufzubicken, zu zermalmen und schließlich zu verzehren. Meist konnte man die Schnabelmenschen antreffen zwischen den großen Granitgesteinsblöcken bei Hopfgarten oder am Hirschbügel bei St. Jakob. Ihre ureigenste Aufgabe war es, Hüter und Beschützer des Tales zu sein. Den Schnabelmenschen war es zu verdanken, dass die Felder stets reichlich erntet, das Vieh immer genügend Milch gegeben hat. Und den Schnabelmenschen war es zu verdanken, dass alle großen Unwetter an den Flanken des Tales vorbeigezogen sind. Allerdings war dieser Schutz und Segen an eine Bedingung gebunden. Niemand von den Einheimischen durfte das Tal verlassen und niemand von den Auswärtigen, von den Fremden durfte das Tal betreten. So wollten es die Schnabelmenschen. Eines Tages allerdings nimmt das Schicksal eine Wende. In der Jagdhausalm oberhalb des Tales, in einer kleinen Mulde, sammelt sich eine Quelle. Wird immer größer, bildet einen kleinen Teich mit blauem, tiefen, dunklen, schönen Wasser. Rundum gesäumt von grünen, langstieligen Schilf, gar wunderbar anzusehen. Ein Ort der Träume. Bald schon nimmt dieses Kleinod die Farben eines Pfauenhauges an. Und schon bald bilgern die Menschen aus dem Tal herauf vorbei, an der Oberhausalm mit den duftenden Zirben, Waldgürtel vorbei, bei den pfeifenden Murmeltieren, bis hin zum Pfauenauge, dem Ort des Träumens. Und als sie hineinblicken in das Wasser, sehen sie an der Oberfläche die vorbeiziehenden Wolken am Himmel. Da beginnen die Konturen und Silhouetten der Wolken langsam, die Formen ferner Länder und Kontinente anzunehmen. Und immer mehr sickert das Fernweh in das Tal herein. Es dauert nicht mehr lange, und die ersten Däffriger wollen das Tal verlassen. Doch die Schnabelmenschen verhindern dies. Zuerst wird der Gürtel des Waldes rundum immer dichter und dunkler. Dann versperren rätselhafte Geröll- und Steinlawinen die spärlichen Wege. Und als eine Gruppe von Bergleuten in Troja-alm-Tal einen Stollen der Freiheit nach draußen schlagen will, tun sich in den Höhlenwänden wertvolle Schätze auf. Edelsteine und Kupfer bannen mit Gier die Grabenden. Schon bald fallen die Stollen wieder in sich zusammen. Eine andere Gruppe, waghalsiger Däffriger, wollte das Tal auf dem Fluss verlassen, auf selbstgemachten Booten, Einbäume gehauen aus den Stämmen von Lärchen. Wildrudernd auf ihnen sitzen, wollen sie das Tal verlassen. Da rufen die Schnabelmenschen ein Unwetter herbei, wie es das Tal noch nie erlebt hat. Es öffnet sich der Himmel, und ein Regenbrassel darin nieder verwandelt den Fluss die Schwarzach in eine schwarze Bestie, die die Besitzer von ihren Einbäumen trennt und diese polternd und glucksend in der Tiefe verschlingt. Die Schnabelmenschen konnte man wohl nur mit einer List besiegen. Und ein junger Däffriger-Bursche, fast ein Knabe noch, fordert die Schnabelmenschen zu einem Wettkampf heraus. Er weiß, Schnabelmenschen wie Däffriger lieben Hüte, große Hüte, breitkrempige Hüte. Und er fordert sie heraus, niemand von euch vermag seinen Hut weiter hinaufzuwerfen in die Berge, als ich den meinen. Und der Kleine reißt sich den Hut vom Kopf, wirft ihn hinauf Richtung Berge, gekränkt in ihrem Stolz. Tun die Schnabelmenschen dasselbe, reißen sich ebenfalls ihre Hüte von den Köpfen, riesige Hüte, gewaltige Hüte, und werfen sie hinauf Richtung Berggipfel. Schon waren die Hüte bereits zurrend in der Luft, da dämmert ihnen der Plan des Knaben. Doch zu spät. Schon köpfen die ersten Hüte einige der Gipfel rundum. So ist damals der Staller Sattel entstanden und andere kleinere Übergänge, die wir heute Klamme, Törl oder Jöche nennen. Es waren schließlich die Schnabelmenschen selbst, die den Weg in die Freiheit ungewollt geöffnet haben. Jetzt verlassen die ersten Däffreger das Tal hinaus in die Ferne, als ehrbare Wanderhändler mit Sensen, Schleifsteinen, Uhren, Teppichen und Hüten. Einige der Däffreger verlassen das Tal nur kurzfristig, während der Nacht, über die Klamme und die Jöche mit geschwärzten Gesichtern, Wenn ihr versteht, was ich meine. Nun, die Gunst der Schnabelmenschen hatte man verspielt. Von diesem Tag an waren sie verschwunden, als hätte sie der Erdboden verschluckt. Und mit den Schnabelmenschen war auch Schutz und Segen aus dem Tal entschwunden. Von nun an war es ein harter Kampf gegen die Natur. Sommer wie Winter. Ein hartes Ringen um das tägliche Brot. Und die Däffreger in der Ferne mochten eine geheimnisvolle Erfahrung. Denn immer dann, wenn sie hineinblickten in ein Gewässer, wie in einen Spiegel, sei es nun Fluss, See oder Teich, da meinten sie auf einmal, Konturen und Gestalten aus der Heimat, aus dem Däffregen zu erblicken. Nicht verwunderlich, dass wenige Jahre danach die ersten Händler als Heimkehrer zurückkehrten. Mit einem wertvollen Geschenk, einem Artefakt aus einem fernen Kontinent. Eine sogenannte Schnabelflöte. Riesige Flöte, deren Mundstück an den Schnabel eines Schnabelmenschen erinnerte. Ein Geschenk für die Schnabelmenschen sollte es sein. Niemand konnte dem Instrument einen Ton entlocken. Niemand wusste es zu bedienen. Da graben sie es ein in die Erde, auf ein Feld in der Nähe von St. Jakob, aufrechterweise als Erinnerungsmal an die Hüter des Tales von einst. Doch als das erste Mal der Wind über den Staller Sattel herunterfährt und leise säuselnd hineinfließt in das Mundstück der Schnabelflöte, da beginnt sie zu erklingen. Wunderbare Melodien ertönen, urige Klänge erschallen das ganze Talgerät ins Lauschen, sogar die Schnabelmenschen selbst erscheinen noch ein letztes Mal. Angetan von diesen wunderbaren Klängen versöhnen sie sich mit den Einheimischen. Und obwohl sie ankünden, von nun an unter der Erde leben zu wollen, versprechen sie doch als Zeichen der Verbundenheit, dem Tal ein Geschenk zu machen. Ein dreifaches Geschenk. Das Defreggental sollte von nun an zu einem Tal des Wassers werden. Und dreierlei Arten von Quellen sollten dem Poden entspringen. Eine Art von Quellen an der Südflanke des Tales mit süßem, wohlschmeckendem Trinkwasser. Eine Art von Quellen aus der Tiefe der Erde, mit dem Geruch der Scholle. Schmeckt noch Schwefel, Schwefelbrunn oder Bad Grünroß. Wunderbar dazu geeignet, ein Bad darin zu nehmen. Und eine Quelle, eine ganz besondere Quelle, eine einzigartige Quelle. Ihr Wasser fließt nur spärlich. Sie entspringt aus der tiefsten Tiefe der Erde. Sie entspringt im Urmeer selbst, das tiefer Baugen unter dem Defreggental liegt. Ihr Wasser aus der tiefsten Tiefe der Erde schmeckt leicht salzig. Und es heißt, die Heilkraft dieser Urquelle wäre so immens, dass ein Fingerhut davon schon so wertvoll sei wie Elfenwein oder sogar Himmelsbalsam selbst. Nun, wenn Sie den Worten dieses Mythos, dieser Legende Glauben schenken, dann nehmen Sie ein Fläschchen dieses Wassers mit nach Hause. Bedenken Sie, ein Tropfen davon trägt die Kraft des Urmeeres in sich. In einem Tropfen wirken alle guten Wünsche der Schnabelmenschen um Gesundheit und Glück für jeden Einzelnen von uns allen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.